Hier geht es darum, wie wir den Drachen besiegen wollen. Jesus spricht durch mich, erreicht mir das alles für sie. Wenn ich aus der Trance bin, dann habe ich sowieso alles vergessen, meistens wieder. Auf der realen Ebene, da verhedder ich mich auch ganz schnell, weil mich das gar nicht interessiert, was der macht. Ich muss den nur besiegen und mehr nicht. Ausrufezeichen bis in die Unendlichkeit hinein. Wir besiegen ihn nur durch Unwettermachen. Das geht leider Gottes nicht anders. Das müssen die Menschen so hinnehmen. Dadurch sind sie aber auch geschützt vor ihm. Selbst wenn die dabei sterben und das gute Menschen sind, dann entrückt Gott sie zu sich hin. Darauf kann man sich verlassen zu 100%. Das steht ja in der Bibel so, dass die Zeit der Entrückung kommt. Das gilt aber nicht für alle. Das bedeutet nur, dass es auch so sein kann. Mehr nicht. Wir haben Schemtrails. Satan offenbart sich immer mehr durch die Menschen. Das ist weltweit so inzwischen. Der wird immer mutiger. Der hat ganz viel Wut in sich gegen Gott. Gegen die meisten Menschen aber auch. Nur gegen die Elite nicht, weil die tun, was er will. Vor allem, was er vorgibt. Wer das Gesetz Gottes nicht beachten will und sogar verachtet, der verführt die Menschen nur dahin, wo er sie hinhaben will. Und da die NWO die mächtigsten Menschen sind auf der Erde, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum duldet Gott das? Darauf antworte ich Ihnen hier an dieser Stelle. Das duldet Gott nicht. Niemals. Das ist aber so. Jesus sagte damals zu seiner Zeit, der Teufel wird jetzt auf die Erde kommen und seine Runde machen. Vor tausend Jahren wurde er festgebunden. Die Erde wäre sonst schon längst untergegangen. Jesus hatte damals das Fische-Zeitalter eingeläutet. Der Fisch ist das Symbol für Jesus. Er hatte das Widder-Zeitalter abgelöst. Und jetzt kommt das Wassermann-Zeitalter. Mehr ist das nicht. Für uns jedenfalls nicht. Für sie schon. Für sie bedeutet das, große Umwälzungen stehen bevor, weil Gott auch eine neue Weltordnung will. Vom Ansatz her findet Gott das ja gar nicht schlecht, was die NWO tut und vorhat. Es geht vielen Menschen sehr gut. Die Menschen genießen eine Freiheit, die noch nie dagewesen ist. Aber keiner weiß, weil man das nicht erkennen kann. Außer die Person sagt es oder ist besonders auffällig. Dann kann man sehen, ob Gott seine Hände mit drin hat oder nicht. Oder sogar Satan auch. Das sieht man sofort eigentlich. Wer Satan hat, der geht und wählt Wege immer nur, die man Menschen nicht zumuten kann, weil die nicht begehbar sind. Die enden in der Sackgasse sowieso. Wenn ich sage, wir besiegen ihn durch Unwetter, was aber auch so in der Bibel steht und auch in allen Prophezeiungen, weil Gott das allen Propheten sagte, schon vor langer Zeit, immer wieder mal, in der heutigen Zeit und in der Bibel steht, hört auf die Propheten, hört auf die Weissagung. Wer nur arbeiten geht, in Urlaub fahren will, aus der Kirche ausgetreten ist, was ich ja sogar verstehen kann, ehrlich gesagt, und sich nicht mit Gott beschäftigt, der hat keinen Leitfaden im Leben. Der ist angewiesen auf andere Menschen, aber ein Mensch ist niemals Gott. Ein Mensch, der Gott hat, der weiß um die Kraft Gottes. Der weiß das ganz genau. Der spürt die Allgegenwart Gottes in sich drin. Man wird süchtig danach, man kann und will überhaupt nicht mehr darauf verzichten. Das ist der Unterschied dann. Man spürt das immer um sich herum. Klar hat man auch Pech. Da sind ja auch genug Menschen da, die dafür sorgen, dass man Pech hat. Davor ist keiner gefeit. Das geht gar nicht. Außer man organisiert sich so, dass das nicht mehr möglich sein kann. Ja, wenn das geht so, dann hat die Person Glück gehabt. Meistens geht es aber nicht so. Der Alltag bringt so viel mit sich. Man hat mit so vielen Menschen immer wieder zu tun, von morgens bis abends, mit Inbegriffen, dass die Post mal streikt oder der Kindergarten geschlossen bleibt, weil gestreikt wird. Sie verstehen also, was ich meine. unabhängig davon, was in der eigenen Familie los ist, immer wieder neu. Es gibt viele Möglichkeiten, den ganzen Tag lang, um aus dem Orbit zu knallen, weil irgendetwas so ist, wie es einem nicht passt und man das nicht will. Und da die wenigsten wissen heutzutage, dass man Luzifer hat, wenn man etwas zu extrem lebt. Im Tarot sehen Sie auf der Karte mit der Zahl 14 in der großen Arcana eine Frau, die rührt. An den Seiten sieht man Dämonen. Die Karte heißt Mäßigung. Man hat dafür zu sorgen, heißt das, dass in einem drin der Yin-Yang-Haushalt ausgeglichen ist. Immer wieder neu. Die meisten Menschen, die gleichen, auch immer wieder weitestgehend. alles in sich aus, insoweit Sie das können, was mich aber angeht. Weil der Drache mich verfolgt, habe ich keine Chance bei ihm, dass ich kommen könnte, Jesus ankündigen könnte und Sie tun alles, so wie Gott es will, durch mich. Sie hören auf mich. Das kann ich vergessen, liebe Leute. Aber genau, weil das so ist und weil Jesus das aber verlangt von mir und auch von ihm, ob sie es denn nun wissen oder nicht, ihm ist das egal. Er sagt sich, mein Wille geschehe. Punkt. Die sind frei, die können tun alle, was sie wollen. Das hat aber dann Konsequenzen, sehr große sogar. Also Jesus sagte mir schon 2002, 2002, seit 2001 bin ich erleuchtet, durch ihn. Da sagte er zu mir, ich sage dir, durch deine Weltaufgabe wird das ganze Weltgeld bei Draufgehen, sag ich dir. Ich wusste damals nicht so recht, was er meinte. Ich wusste aber auch nicht, dass er 2016 immer noch nicht da ist, Leute. Ich dachte 2002, der steht so gut wie vor der Türe. Das dachte ich. Und jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich mir sage, ich gebe alles in die Hände Gottes. Unser Vater weiß, wann der Zeitpunkt richtig ist, wann er sein muss. Nichtsdestotrotz aber muss ich dafür plädieren, dass sie kommen zu mir. Weil Jesus sagte, du bist die Frau aus den Schriften, ich werde es dir beweisen. Und Leute, das hat er getan. Mein Weg ist, wie die Schriften sagen, schon von klein auf. Ich bin meiner Wege gegangen, ich habe die große Liebe gesucht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich leider Karma hatte mit Jesus. Als ich das erfuhr, war erst mal meine kleine Mini-Welt zusammengebrochen. Soll heißen, ich war entsetzt. Ich konnte das gar nicht glauben. Aber bevor sie mich jetzt richten und verurteilen, bleiben sie bitte bei sich. Denn in der Bergpredigt steht, kümmere dich um deine eigenen Sachen. Denn jeder hat seine eigene Plage und seinen Sack zu tragen auf den Schultern. Jeder hat von Jesus das Kreuz bekommen, das er tragen muss. Dafür hat Jesus gesagt, das mit den Sünden aufnehmen. Das haben viele noch nicht so richtig verstanden, was das heißt. Und wenn sie nicht die Bibeloffenbarung lesen, dann werden sie es auch nie verstehen. nicht verstehen können, weil es nicht geht. Leute, die gerne eine rosa Decke auflegen, das tun ja die meisten so, wenn wir mal ehrlich sind, wollen einfach nicht hingucken, wenn sie sehen. Bei sich selbst meine ich jetzt nur. Bei sich selbst. Nicht bei anderen. Ja, Leute, bei anderen. Das ist ganz leicht. Mega einfach. Man hat ja eine eigene Meinung. Und andere können etwas leben und zeigen, so dass sie denken können, das finde ich nicht gut. Man ist bei sich selbst aber meistens betriebsblind. Das heißt, man denkt, es ist alles in Ordnung, so wie man ist. Und das denken ja alle so. Das ist ja auch das Problem. Deshalb bin ich ja auch inkarniert. Ich musste deshalb hier zur Erde kommen, um das wieder aufzulösen und gerade zu biegen. Alles, was deformiert wurde. Alles muss wieder gerichtet werden. Der Drache hat es geschafft, auf jeden Fall, in der heutigen Zeit, wenn jemand sagt, ich bin eine Prophetin, dass die Masse das nicht mehr ernst nimmt. So extrem war es noch nie, in keiner Zeit, so wie jetzt. Und dass ich die Frau aus den Schriften bin, das merken sie daran. Alle haben Erfolg auf YouTube, nur ich nicht. Ich kann machen, was ich will. Es klappt einfach nicht. Und daran sieht man, der Drache verführt tatsächlich die ganze Welt. So wie es in der Bibel steht. Das macht mir aber nichts. Gott sagt mir deshalb, schwere Unwetter voraus seit, ach, seit 2004 schon. Ach, vorher schon. Die Elbeüberflutung. Ja, genau. Ach, immer schon. Entschuldigung, Jesus, jetzt habe ich dich verloren. Bitte sei wieder bei mir. Jesus sagt, das ist sehr anstrengend, immer in der Trance zu sein. Und oftmals sage ich einfach das, was ich denke dazu. Der kann aber auch besiegt werden, wenn sie kommen zu mir, ich ihnen Gebete reiche, wir Jesus rufen lassen. Ich habe die 24 Ältesten um mich herum, die sehr mächtig sind. Wirklich sehr mächtig. so wie es in der Bibeloffenbarung auch steht. Und mit denen zusammen kann ich arbeiten. Das geht rucki zucki. Das geht dann einfach nur alles schneller, soll das heißen. Und ich verspreche Ihnen, diese schweren Unwetter wird es nicht mehr geben dann. Das garantiere ich Ihnen. Ich war Isis gewesen. Der Drache verfolgt mich mit Wasser. Das holt er aus Sibirien. Das holt er vom Nordpol, vom Südpol. Das schleppt er alles zu mir. Fortsetzung folgt. Das holt er aus Sibirien.